Was bedingt die menschliche Gesundheit, die landwirtschaftliche Gesundheit? Beides. Das ist nicht zu trennen. Die Landwirtschaft ist eine entscheidende Basis für unsere Gesundheit. Aber natürlich umgekehrt braucht es auch den gesunden Landwirt, den gesundheitsbewussten Menschen, der erkennt, welchen Wert landwirtschaftliche Erzeugnisse haben und dass sie einen angemessenen Preis brauchen, dass man gesunde Produkte kauft. Und insofern gehört auch der gesunde und gesundheitsbewusste Mensch zu einer gesunden Landwirtschaft wie umgekehrt. Und ich glaube, dass viele Menschen heute, weil sie ja auch nicht mehr aus landwirtschaftlichen Zusammenhängen herauskommen, gar nicht einschätzen können, wie hoch der Wert eines landwirtschaftlichen Produkts ist, das wirklich gesund erzeugt wurde, nachhaltig in einem Hoforganismus. Da ist eine Korrektur notwendig. Und insofern gehört beides zusammen. Und nicht zuletzt ist ja auch der Landwirt oft ein kranker Mann. In Frankreich ist Parkinsonismus als Berufskrankheit anerkannt, wenn man länger als zehn Jahre in der Landwirtschaft gearbeitet hat, weil die Giftwirkungen der konventionellen Landwirtschaft zu einem gehäuften Auftreten von Parkinson führen. Also wir brauchen auch eine Art der Landwirtschaft, in der der Landwirt gesund bleiben kann. Braucht es einen gesunden Menschen für eine gesunde Landwirtschaft? Ich glaube, die Gesundheit von einem von den Menschen wird die Gesundheit der Landwirtschaft fördern und umgekehrt. Und ich sehe das mehr als Dialog eigentlich. Dass man mit der Landwirtschaft gesünder werden kann und dadurch wird auch die Landwirtschaft gesünder. Also das geht über die Nahrung natürlich direkt. Wenn ich gesunde Nahrungsmittel habe, fühle ich mich einfach kräftiger, gesünder und auch klarer. Das ist nicht nur Vitalität, das ist nicht nur gefragt, auch Klarheit und bewusster. Und für die Landwirtschaft heißt Gesundheit, glaube ich, eben, dass die Menschen einfach mit einem guten Menschenverstand arbeiten. Also das ist natürlich ganz wichtig. Und da kann man für den Menschen sagen, Gesundheit in diesem Sinn ist wirklich sehr offen zu sein, für was da ist. Aber auch Visionen zu entwickeln, auch etwas bringen. Ich glaube, die Natur erwartet von uns auch, dass wir mit ihr arbeiten, dass wir etwas bringen, nicht nur wahrnehmen, aber aktiv gestalten. Und das ist Landwirtschaft. und das ist wirklich sehr wichtig. Vielen Dank.